Hallo meine Freunde, liebe Zuschauer und Zuhörer. Kann auch sein, dass ihr mir die Videos nicht anschaut und einfach nur mein Gelaber anhören möchte. Dead Space 3 ist wieder angesagt. Gerade waren da ganz schön viele Gegner und ich war ziemlich aufgeschmissen. Warum hängen die euch in der Decke rum, diese scheiße hier? Hören die mal auf in der Decke rum zu hängen. Bin ich voll scheiße von euch. Ja, ich weiß. Wie, Elektrizität kann ich nicht kennen? Was hast du denn jetzt schon wieder vorher, du Idiot? Ging wie ein Capfeater eigentlich. Warum bist du gegen mich? Ich bin doch voll der nette Kerl. Ich will doch alle retten und so. Die Welthaarschaft an mich reißen. Ne, will ich gar nicht. Ich will einfach nur raus. Komm, jetzt krieg ich wahrscheinlich einen Stromschrank. Ja, pass auf. Ne, aber doch nicht. Was? No Smoking? Oh, schade. Okay, wo ist Elektrizität? Da ist Elektrizität. Okay, ist mir egal. Wackel. Edmonds hat eine harte elektrische Falle ausgebucht. Sieht nach was Selbstgebasteten mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Das Steuergerät muss in den Nähe sein. Wenn Sie es finden... Ich schieße darauf. Danke. Guter Mann. Okay. Hält er nicht. Da muss ich drauf schießen. Ja, ja. Es ist manchmal so einfach das Spiel und ich peizze trotzdem nicht, ne? Na gut. Ja, Tür bitte wieder aufmachen. Danke. Ach komm, lauf in den Strom, Willi. Komm, lauf da rein. Komm, komm. Wie du lebst da durch. War mir klar. Große Steuergerät. Große Steuergerät. Und wieder mal drauf treten hier. Schön auf die Leichen. Ein bisschen Leichentats machen. Da, 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 da. Kaum kriegt die rein. Genau, immer schön reintreten hier. Gut. Steuergerät. So, mein Freezer nehme ich mal mit, wenn hier irgendwas sein sollte. Ich weiß aber nichts. Okay. Denk jetzt wieder hin. Wann ziehe ich die Kisten? Ja, die Kisten soll ich schon die Taunen und Schließfächer aufmachen. Ich öffne. Geh wieder mit hier. Man weiß ja nie, wo man es brauchen kann. Hier aktuell nicht. Schmeiß mal da runter. So, dann gucken wir mal. Warte, da gibt es noch mehr davon. Okay. Was geht denn da rum? Eine Upgrade-Fartine. Yay. Einmal Nachladen-Clip. Sehr gut. Sehr gut. Ach Mist, das kann ich ja nicht hier aus dem Stehgreif heraus machen. Lastenaufzug. Dann benutzen wir den mal, oder? Na, ich würde schon gerade hier in diese Pumpe hier nochmal ein bisschen mehr reinpacken. Warten wir uns die falsche Wache. Hier sind wir zu Hause. Ist hier jemand? Hallo. Da ist jemand. Okay, wir fahren mit Aufzug. Ah, boah. Ah, ha. Was macht ihr da? Damit habt ihr nicht gerechnet, mit so einem schlauen Gegner. Kann ich jetzt einfach mal runterfahren und ich zerquetsche die dann? Meint ihr, das klappt? Probieren wir es aus, oder? Hm. War nicht so dumm, die Gegner. Wo kommen denn die ganzen Geräusche hier? Hör mal auf, mich so zu verrückt zu machen hier. Was soll ich jetzt da oben? Wer hätte ich denn da eingeladen? Wann fahren wir drauf? So nicht zerstückelt genug die Leiche? Da muss auch ein bisschen reingetreten werden hier. Näher reingetreten. Ah, jetzt sieht er ganz okay aus. So, dann mal wieder runterfahren. Das ist mit dem Aufzug wieder zu geil gewesen. Stellt euch vor, ich will wieder runtergefahren und habe so gemacht. Ja, recht witzig geworden, aber ist leider nichts passiert. So. Nein, die will ich das Ding hier haben. Bam! Wobei, es ist eine coole Waffe. Hallo? Wann kommt da nicht hinter? Voll gemeine. Wann kommt da nicht hinter? Wann kommt da nicht hinter? Wird das Ding da raus, teleportieren. Bisschen weiter weg vielleicht? Toll, warum geht es nicht? Ah, so geht's. Okay. Dann krieg ich jetzt den Gegenstand nicht, ne? Weil hier nicht hinterkommt. Tolle Wurst, ey. Tolle Wurst! Hier. Don't say I didn't know. I didn't warn you. Auf Deutsch. Sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Das ist mir scheißegal, was du auf dem Boden schreitst, ey. Naja, nicht ganz scheißegal, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und steht denn hier schon wieder? Your funeral. Also da geht's zu meiner Beerdigung. Steht zumindest am Boden. Ich glaub's jetzt zwar nicht ganz, aber... Ja, ja. Alte Klasse, ey. Na? Warum träg ich mir die ganze Zeit gegen die Kisten? Äh, gegen die... Neben die Kisten war ich natürlich. Weil meine Versprecher bei dem Spiel sind echt auch nicht mehr normal. Okay, gab's hier noch irgendwas? Nein. Dann schauen wir mal weiter über diese komischen Ochsenköpfe hier. Ah, toll. Oh, ich kann jetzt feiern lassen. Überraschung. Schäfte, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsumantelung inventieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ich versteh den Typ noch nicht mal so laut war das. Ich hab' zu einer Art Gravitationsfeld zurecht gebastelt. Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Dann muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay. Senden wir mal die Koordinaten, dass wir die Umweltsteuerung beeinflussen können. Und runterklettern sollte ich vielleicht auch. Ah, cool. Ich kann mal den Waffen upgraden. Yay. So, ist der Bot schon zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Hier, läuft jetzt nur rot, da ist nichts weiter. Okay. Schauen wir mal. Waffenupgrade. Gut. Und zwar eine Erweiterung nach der anderen Clip. Der Bot ist auch wieder da. Perfekt. Und das hat er so gefunden. So ein bisschen Zeug. Wunderbar. Danke dir, Bot. So. Wir möchten ein bisschen was an meiner Waffe hier modifizieren. Und zwar eine Platine möchte ich gerne einsetzen. Und zwar die Clips hinzufügen. Dankeschön. Wir sind soweit fertig. Und zwar schnell zusammenbauen, wenn ihr müsst. So, haben wir es jetzt. Wunderbar. Und dann gehen wir mal raus hier. So. Ein Schuss mehr in der Waffe. Wunderbar. Ähm. Ja. Halt. Den Bot kann ja aussitzen. So. Tu deinen Job, Kollege. Und hier gehen wir weiter. Wenn dann nicht gleich wieder irgendwelche Monster raushüpfen, ne? Sehe ich hier irgendwas? Komm ich bei mir rein? Nein. So. Wir klettern mal eine Leiter hoch. Noch einer. Okay. Oh, bekam ich. Na, das meinte. Oh. Na. Wie. Warum müssen wir sonst immer voll speien. Die sind vollidioten, ey? Oh. Und du bist jetzt wirklich im Strom gestorben, ja? Ja. Auch nicht schlecht. Ich dachte vorhin können einfach durchgehen. Einer stirbt er da drin. und noch mal reintreten weiter schön ist ok nation weiß noch nicht ganz genau sich alles aufgesammelt habe aber was aufgesammelt so was das denn für eine schicke konsole ok da passiert gar nichts wo ist denn hier der auch nicht reingetreten ihren gegner nachladen da fehlt mir wieder die kurbel man warum habe ich denn nicht diese scheiß kurbel mann ich will diese kurbel haben habe ich die vertreten übersehen oder so oder warum habe ich die nicht und mitten in die klöten wie der hätte so viel aus der kollege drei schüsse nicht mit meiner pumpe meine freunde bitte öffnen sie die tür lassen sie mich durch ich bin wichtig da kommt bestimmt auch gleich wieder rausgeflogen oder kenne ich doch das scheiß spiel da vorne auch juhu sobald ich irgendwas öffne oder irgendwas aufnehmen oder irgendwo da vorbeilauf geht es bestimmt auch oder oder auch nicht sieht nach einem großen raum voller mistiger fiecher aus lassen wir die sachen da mal liegen vielleicht brauche ich die gleich wieder komisch dass diese viele gegenstände rumliegen die ich mit meiner special fähigkeit benutzen kann aber keine gegner da sind oder das ist mir gleich wurde gleich wieder springen den mist weil sonst kommt der wieder an und meint mich hier weg sprengen zu müssen sind doch irgendwas rotes da das könnte echt gefährlich werden hier drin ich sage es euch die frage ist nur was was will ihr was soll ich hier berühren dass er diese falle sprengt oder versucht zu sprengen zumindest weil ich glaube sprechen kann nichts mehr ich habe schon alles weggenommen hier gibt hier keine sprengen fallen mehr oder sehe ich das richtig manchmal muss man so perfekter davor stehen bis man das überhaupt benutzen kann so lebens energie aufgetankt ich glaube ich kletter nicht falls aufzug oder kletter ich wohin klettert man denn da diese plattform drogen jeder will ich gar nicht hin oder wird dann bin ich schon da oben gekommen bin ich da oben schon gekommen von da oben bin ich kommen wunderbar so wenn ich jetzt hier auf den aufzug drücke geht bestimmt hier voll die hölle ab aber klar ich kann mich nicht einfach in die umweltsteuerung latschen lassen tut mir leid aber ich will nicht sterben naja schon ok computer sprengstoff scharf machen da oben ist eine naja habe ich mich vergessen wo sind sie meine lieben gegner na links noch oder was weg ballern gerade geht noch nahkampf und vorhin noch mal drauf heute und einer wird noch sie mal nachladen vergesse was was wo ist denn noch ein lager oder nicht na ich möchte mich da gleich anfallen ey jetzt seid immer nicht so gemein zu mir naja du laufst da meine wand rum ich will nur gut mach doch was du willst ey das ist halt genug na von hinten schon wieder na komm schon das ist ja jetzt tun da drüben so wieder in der wand rum sag mal das ist halt total bescheid fuck you sei ok wir hätten dann mal wieder hier die gesamten aliens ausgelöscht oder mutanten oder mutationen oder vollidioten die mich die ganze Zeit jagen die auch gar nicht wissen warum sie mich eigentlich jagen ne glaube ich zumindest habt ihr noch irgendwas was ist das denn hier achso achso jetzt bin ich gerade aber mal gespannt hier wie funktioniert das denn jetzt ok ein kleines rätsel für mich am frühen abend ok ich würde sagen diese roten dinger kommen da unten dann drehen wir das mal so dass die roten dinger aufeinander sind ich würde sagen jetzt muss einfach nur zusammenpassen gut dann da oben noch dann drehen wir mal auch auf diesen dünnschding da dann da oben warte das geht's so geht es nicht so geht es nicht scheiße so jetzt fehlt nur der da oben weil der nicht passt ok das heißt ich muss den auf weiß das muss auf jeden fall der muss so auf jeden fall sein alles geht es gar nicht dann müssen wir den nochmal drehen und den da unten drehen wir den Raum um so und hier wunderbar akzeptiert Quarantäne aufgehoben bitte melden sie diesen Vorgang ihrem vorgesetzten Offizier ich habe keinen vorgesetzten Offizier du voll Idiote so und weil ich so gerne im Aufzug verharre obwohl heute hier mal keine Fahrstuhlmusik verabschiede ich mich bis zum nächsten mal bedanke mich fürs reinschauen Ciao